ARD Text im Auftrag von Funk Freunde, heute machen wir wieder das legendäre 24 Stunden Video Diesmal machen wir das in einer Alle Mann Ihr wolltet das, wir machen das Wir haben jetzt nicht viel Zeit, weil die gleich zumachen Wir müssen uns ein bisschen ballen Auf jeden Fall, Freunde, schaut auf seinen Kanal Wir haben da auch was richtig cooles gemacht Vergiss nicht abzuchecken Die letzten 24 Stunden Videos Und ihr müsst das Video bis zum Ende angucken Es gibt was richtig krasses Heftiges Gewinnspiel Deswegen müsst ihr das Video bis zum Ende angucken Lass uns schnell rein, Digga Okay, ey, ich liest das mal drinnen Jetzt zählen wir das ab, Bruder Das ist echt nicht mehr normal, Digga Was ist das, Digga? Ja, normal, Digga Normaler, wie es geht, Digga? Oh, komm mal, da hinten ist eine Kamera Wieso sind die Kameras in der Umkleide, Alter? Krass, ne? Das ist echt nicht mehr normal, Digga Was ist das, Digga? Willst du full auffallen, oder was? Warum? Ich muss das jetzt auch anziehen Oh mein Gott, er zieht durch Boah, ich höre gar nichts mehr Du siehst so lustig aus, ich aber auch, Digga Du bist ein Hai Oh mein Gott Du bist einfach ein Hai, Digga Was bin ich, Digga? Das wird unser Ruf jetzt ficken Ihr macht jetzt einen Screechop von uns Und postet es auf Instagram Und wir liken, wir versuchen jedes Bild zu liken Drei, zwei, eins Tschüss Zeig mal deinen Seitenkopf Du bist ein Hai Ich bin klasse Du bist ein Hai Ey, was denk die Motozei, wenn wir jetzt so rausgehen Ich bin so aufgeregt Wo sollen wir die Sachen erstmal lassen? Lass mal erstmal noch ein bisschen unauffällig schwimmen und so Und dann, wir gehen so in den nächsten fünf bis sieben Minuten gehen wir los, okay? Okay, Freunde Drückt uns die Daumen, Leute Ihr wisst Bescheid Guck mal Die Polizei ist auch schon Ich komm jetzt schon Das sind die letzten zwei Videos, Freunde Na, ganz oben auch Das andere Letzte Gönnt euch den Shit Go on, Digga Wie sehen wir aus, ey? Katastrophal, ey Ey, aber Red Weißt du mal, ob ich gar keinen Bock habe? Auf die Alarmaleige Freunde Was das Ding ist Ich will jetzt euch was sagen Die Toilette ist ja echt defekt, ne? Ja, Mann Hast du gesehen, wieso? Letzting Ich stehe auf der Kopf Sollen wir noch zeigen? Nein Nein, was ist das? Nein Nein Warte, ich stehe um kurz auf Nein, dann lass das Ich will das nicht sehen Das kann man nicht zeigen, dann Oh mein Gott Ich glaub, die suchen uns Ich glaub, die suchen uns Ich glaub Ich glaub Was sagen wir, was wir hier machen? Wir wollten nur Sagen Verstopfen 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 Freunde, wie gesagt, für die letzten Videos müsst ihr doch richtig den Like-Button sprengen Und schaut unbedingt bis zum Ende, ist sehr wichtig Ganz wichtig Das wichtigste Video auf YouTube Mit dem was oben verlinkt ist Die zwei letzten 24-Stuff-Videos Die sind nicht mehr vergleichbar mit anderen YouTubern Die sind die heftigsten Die heeeet Nein Das entscheidet ihr in den Kommentaren Falls das auch nicht klappt, sind wir trotzdem die heftigsten Ja, das stimmt, das stimmt So Leute, wir machen so Sachen durch, ne Das ist nicht mehr normal Das ist trotzdem lustig Ehrlich? Soll ich ihn massieren? Spaß Schnallt euch an Wir haben McDonalds Wir haben Ikea Wir haben Kino Wir haben Schule Jetzt haben wir Schwimmbad Und was wir noch haben Seht ihr ganz oben in der Beschreibung, ist verlinkt Auf deinem Kanal Leute, wir haben Trampolin alle Wir haben die sechs heftigsten Wir haben schon die heftigsten Sachen gemacht, Freunde Das ist Innerhalb von kürzester Zeit, ne Das Ding ist Die Leute denken ja immer, das klappt, ne Oft hat es auch nicht geklappt Deswegen mussten wir zum Beispiel von Sonntag auf Montag verschieben Oft klappt es einfach nicht Wir gehen rein und die so Hey, na, wollt ihr hier ein 24-Stuff-Videos-Videos machen? Mata kennt ihr uns einfach Krass, was wir alles erlebt haben, Freunde Der, das ist Wahnsinn Krass, das ist Ultra-Wahnsinn Macht uns nicht nach Denn wir sind Profis Vergiss das nicht Wir sind Profis Macht uns niemals nach Wir sind Profis mit einem Fischkappen Der tut sich gerade gucken Der Ding hat gefragt, ob jemand da ist Hast du gehört? Ja, aber Wir haben es leider wieder aufgenommen Und an der Türke hat auch was gehört Alles zu schön Da hat jemand geredet Hallo, ist ja jemand da Ich glaube, wir suchen uns wirklich Ohne Scheiße, Digga Das ist gar nicht gut Oh mein Gott, Freunde Das ist einfach an Licht aufgegangen Das ist irgendein Licht ausgegangen Scheiße Das ist einfach ein gutes Zeichen Ich glaube, das ist wie die Entweder wegen den Bewegungssensoren Oder sie haben es selber automatisch ausgeschaltet Oder sie haben es selber automatisch ausgeschaltet Oder sie haben es selber ausgeschaltet Ich weiß es nicht Ich würde sagen, wir gehen jetzt durch, Digga Aber nicht lustig Ich weiße, worauf ich gar keinen Bock habe, Digga Das sind die letzten Videos, Digga Ich habe einen Bock, dass das nicht klappt, Digga Er hört zu, weil ich habe irgendwie gesehen Dass hier diese Notausgänge abgeschlossen haben Und wieder geschlossen haben Wir haben schon mal, ne? Das kann aber gar nicht sein Kennst du, die haben abgeschlossen? Nein, ich weiß nicht Meinst du, wenn wir ins Wasser springen, gehen die an? Nein, ey Ich weiß nicht Digga Ich traue mich nicht, Digga Das sind einfach die letzten Videos und ich trau mich nicht Ich traue mich nicht Ich stehe mich auf Digga, Bruder Ich zieh euch Wenn du mehr hast, hoch eine Million Digga, Bruder Scheiße Ich sage Ich würde sagen, lass uns erstmal ne Runde aufentspannt duschen, oder? Erstmal so aufentspannt. Erstmal fürs Feeling, damit wir reinkommen, oder? Nein. Kurz Füße. Füße zum Ohr, das ist so warm, oder? Jetzt behechtet das Grün. In grad hat das Rot geleuchtet. Nein, 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 nein. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Es hat irgendwas zu tun. Ich glaube, wir müssen ja verschwinden, Liga. Wir müssen ja echt verschwinden, ne? Wir haben ja echt eine Belegung vor mir. Ich hab da aber auch irgendwas gerade gesehen. Oh mein Gott, da oben ist eine Alarmanlage, aber die leuchtet zum Glück noch nicht. Siehst du die? Die Sirene, Liga. Das ist das schlimmste Hindernis. Soll wir jetzt einfach laufen, rum? Wir haben keine Wahl, Liga. Wir müssen irgendwas machen. Ja komm, schau, schau. Geh vor jetzt, Liga. Liga, bist du verrückt? Geh vor jetzt, Liga. Du meinst zuerst. Scheiße, die sind gefickt, Digga. Oh mein Gott, das ist noch nichts angegangen, das ist noch nichts angegangen. Ich sag dir. Ey, geh nach links, geh nach links. Hier ist ein Bewegungsmeldung, glaub ich. Sehr gut, komm her. Alarmanlage ist angegangen. Doch, hörst du? Wir springen vor den Fünfer, ist mir scheißegal. Wieso? Ich mach nur mal für meine Fans. Wir sind die krassesten, Digga. Ich mach den Stress voll. Hörst du die Alarmanlage? Digga, mach her. Hörst du die? Ja, Mann, lass vereil dich, weil die Bulls sind gleich da, Mann. Okay. Ciao. Die Polizei... Scheiße, die Alarmanlage. Schnell, Mann. Warte. Acht Minuten, für acht Minuten haben wir Zeit. Acht Minuten haben wir Zeit. Die Polizeiwache ist... Noch acht. Warte. Die Rutsche läuft. Lass noch einmal rutschen. Bist du behindert, Digga? Lass rutschen. Bist du behindert? Sollen wir rutschen? Ey, nerv mich jetzt. Lass einfach ab. Sollen wir rutschen? Ey, bist du krank? Die Rutsche ist doch locker. Die funktioniert doch nicht mal. Hörst du das? Hörst du das? Lieber Gott, geht die Tür hoch. Oh mein Gott. Die Tür geht nicht hoch. Bitte. Die Tür geht nicht hoch. Wenn du das machst, wenn du das machst, Lärm. Scheiße. 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 Geh euch hier runter. Und hier? Wir kommen hier nicht raus. Ist das okay? Ja, was ist das? Komm jetzt her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Aber ey, ich glaube ich hieß Alarm an. Dann geh nochmal extra. Ich drück. Oh mein Gott, oh mein Gott. 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 Junge, 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 wir sind gefickt. Wir laufen barfisch rum. Geh, 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 geh. Das ist zu. Warte, geh, 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 geh. Schmeiß die Tasche rüber. Komm her. Die Bullen kommen gleich. Warte, Junge, pass auf, Bruder. Hörst du das mal? Hörst du die Kamera? Hörst du die Kamera? Spring jetzt schnell. Hier ist ein Ausgang. Spring, Bruder, schnell. Ja, schnell. Spring jetzt. Spring. Scheiße, schnell. Hast du mein Handy? Komm schnell. Wo du hängst fest? Komm schnell jetzt. Bein dich. Bein dich, bein dich. Bein dich. Fahr los, fahr los, fahr los. Fahr los. So, Freunde, Alter. Das war wieder so eine krasse Aktion, Mann. Ey, mein Fußguss. Ey, Digger, ich mach einfach rückwärtsalbtot. Und wieder so zwei Alarmer lang wieder anklang. Ja. Aber, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid jetzt dran geblieben bis zum Ende. Das hat sich gelohnt. Wir verlosen heute ein iPhone 7. Mega Eskalation. Wir dachten, wir sind so freundlich und geben euch was zurück. Deswegen. Ein iPhone 7. Ein iPhone 7? Echt korrekt. Warte mal. Ein iPhone 7? Digga. Zwei iPhone 7. Nein. Für die weiblichen Fans noch. Ach, für die Girls. In pink. In pink. Oh, Rosecoat. Die Girls werden sich ohne mal freuen. Das ist ohne mal korrekt von dir, dass du auch an die Mädchen denkst. Warte mal. Warte mal. Für die Jungs? Jetzt brauchen wir wieder was für die Jungs. Digga, das war noch nicht alles. Jetzt kommt ein iPhone 7 Plus. Oh mein Gott. Digga, drei iPhones, Mann. Wie heftig ist das denn, Mann? Digga, was? Ey, guck mal, man hat sogar zwei Kameras. Wie krank ist das denn, Alter? Digga, warte mal, warte mal, warte mal. Damit die nicht denken, das ist hier so... Auf Joke? Ja, auf Joke und nicht echt. Oh mein Gott, pass auf, pass auf. Warte mal, warte mal. Oh mein Gott, Mats Schwarz. Oh mein Gott, Mats Schwarz, ey. Wie geil sieht das denn aus? Meine Güte. Das ist der Wahnsinn. Der Gewinner muss sich auf jeden Fall frohen, weil... Wir müssen... Oh mein Gott. Aber... Das war noch nicht alles. Nein. Ich glaube, wir hauen noch einen drauf. Hör auf. Ich glaube, ich nehme mal noch mal einen 7er. Das... Das machst du nicht. Aus dem Kasten, Alter, in Gold. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ein goldenes iPhone 7, Mann, ey. Warte mal. Ganz kurz. Das war noch nicht alles, Mann. Ihr kriegt noch ein iPhone. Nein. 7. Nein, Digga. Wie sein Rosie. Oh mein Gott. Noch einen in Rosie, Digga. Oh mein Gott. Das ist ein 1, 2, 3, 4. Eigentlich übertrefft wir uns. 5? Wir haben uns übertrefft. 5 Stück, Digga. Oh mein Gott. 5 iPhone 7, Alter. Guckt euch das an, Digga. Wow. Die anderen sind ja noch alle eingepackt. Aber das ist doch nicht alles. Nein. Wir hauen noch einen raus. Nein. Ich kann's kaum halten, Digga. Wir holen noch einen iPhone 7 mit dem Klamierlang. Nein. Richtig Klamierlang. Klamierlang. Ey, die Dinger hat doch niemand. Die hat doch niemand. Die hat doch niemand, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das sieht so... Warte, warte mal. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus, Digga. Das ist so krass. Das ist so krass. Was ihr dafür tun müsst, um mitzumachen, ist... Ihr müsst das Video auf jeden Fall den Like-Button sprengen. Komplett sprengen. Ich sage, spreng den richtig, ne? Was ganz wichtig ist, ihr müsst Abonnent von diesem Channel sein. Ihr sollt jetzt nicht deabonnieren und wieder abonnieren. Wir sehen das. Deswegen einfach Abonnent sein. Wir scrollen durch und suchen uns 6 Leute raus. Das ist jetzt der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ihr müsst auf Reds Channel gehen. Da haben wir auch ein 24-Stunden-Video gedreht. Komplette Eskalation. Ist auch ganz oben in der Infobox verlinkt. Müsst ihr auch komplett eskalieren und seinen Channel natürlich abonnieren. Diese 3 Schritte müsst ihr befolgen. Also Red, wiederhol. Richtig den Like-Button sprengen. Nummer 2. Abonnent sein. Braucht nicht deabonnieren, sondern einfach Abonnent sein. Und dritter Step. Ganz oben auf den Link auf mein Video gehen. Abonnieren. Und das Video einfach nochmal komplett zu Ende rein sneaken. Freunde, wenn ihr das tut, fahren wir zu euch nach Hause. Wie gesagt, ihr habt 2 Wochen Zeit bei diesem Gewinn-Spiel teilzunehmen. Dann fahren wir zu euch nach Hause mit einem schönen Wagen. Und verschenken euch die Dinge. Egal wo ihr wohnt, wir kommen runter. Ihr habt 2 Wochen Zeit, deswegen befolgt diese 3 Schritte. Die sind ganz einfach. Die sind ganz einfach. Und ich würde sagen, Freunde. Ey, warte, Leon. Ja. Ja, Digga. Die wollen persönlich zu den hinfahren. Ja, persönlich. Das heißt, die können uns sehen, die können mit uns chillen. Ja. Digga, die müssen nur diese 3 Schritte befolgen. Warte, und das nimmst du sogar auf, Mann. Ja, werde ich machen. Ey, das laden wir sogar hoch. Ja, das werden wir hochladen, Digga. Leute, macht alle mit. Allein schon deswegen lohnt sich das. Komplete Eskalation, Freunde. Leute, das ist einfach nur zu krank. Das ist heftig. Macht mit, Leute. Heftig, Digga. Macht mit. Heftig. Auf jeden Fall, Freunde. Das war es erstmal mit den 24-Stunden-Videos. Das waren die letzten Videos. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Und Peace out. Macht bei den Gewinnspielen mit. Und checkt seinen Channel ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ganz entspannt, ganz entspannt. Wir sehen uns die Tage, Freunde. Peace out.